Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Ja, nachdem wir im Keller waren und dieses Videoband uns angeguckt haben, bin ich zurück zum Speichern hier hochgelaufen, deswegen stehen wir jetzt auch hier. Okay, also ich denke wir müssen jetzt selber in den Keller gehen. Anzunehmenderweise. Das haben wir schon alles. Kraut es mir jetzt schon vor, könnte ich glauben. Das ist immer noch zu. Achso, ne, das ist ja immer noch dasselbe Bild. Ich will kurz sagen, ist das ein neues Bild oder was? Können wir denn die Videokassette da wieder rausnehmen? Ne, abbrechen. Die ist draußen, die haben wir einstecken. So gut, dann gehen wir jetzt da da runter. Ich will da gar nicht hin. Ich, ich will. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt. Also das heißt, wir kommen da nicht mehr zurück. Ach komm, scheiße. Scheiße. Alter Schwede. Jetzt macht's gleich. und die Lampe ist im Arsch. Was ist das denn? Ach, komm schon. Alter, wo geht's denn hier hin? Pass bloß auf dein, dein Licht auf. Pass bloß auf dein Licht auf. Da, 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 ii, ii. Ach, da tropft, tropft irgendwas runter. Ach, da tropft irgendwas runter. Ist da irgendwas? I, 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 I. I, 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 Ist das der, der wo, ne, von diesen drei jungen Männern, die da auf der Videokassette zu sehen waren, ist das der? Dem T-Shirt nach könnte man meinen, es wäre er. Okay, 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 okay. Aber, da fehlt ja auch noch der Kameramann. Und dieses arrogante Arschloch, ne? Wobei ich nicht weiß, wie der hieß. Da habe ich den Namen vergessen. Ernsthaft jetzt? Das sind alles die Menschen, die... Die hier ihr letztes Ende gefunden haben, oder was? Oder ihr Ende gefunden haben? Okay. Der liegt noch da, ja? Äh, ja. Okay, 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 okay. Ah. Ich glaube, wir sind jetzt im Haupthaus, hä? Kann das sein? Denn, ne? Wir sind ja auch ziemlich lange geschwommen. Komm schon. Mach auf, solche Geräusche zu machen hier. Alter, da geht doch kein normaler Mensch rein. Da, 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 da würde ich niemanden suchen. Und wenn ich noch so verliebt wäre... Garantiert nicht. Daddy? Daddy, I will not be bad. Anyone? Da steht da, sorry, Daddy. Ich möchte nie mehr böse sein, Daddy. Es tut mir leid, Daddy. Äh, okay. Oh, Spritzen. Sind das Spritzen? Alter, was haben die hier gemacht? Hab ich jetzt schon die Hosen voll, könnte ich glauben. Boah, hier, ein Fleischerhagen. Alles klar. Ich trau mich gar nicht, weiterzulaufen. Ganz ehrlich. Da ist jemand. Warte, bevor wir zu dem jemanden gehen. Alter. Okay. Dann nehmen wir... Was ist das hier? Drehst du mal so, dass ich lesen kann. Ben, dead, Herald, turned, Abel, turned, Tamara, turned, Trek, dead, Layla, dead, Sean. Gewandelt? Ich lege das wieder weg. Wie denn gewandelt? In was denn gewandelt? Wir? 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 Leute? Wir? 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 Das sieht nicht schön aus. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist das in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Habe ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Daddy? Ich sag ja, ich weiß nicht, was in den Teilen vorher passiert. Ja, lässt du mich jetzt einfach alleine? Wo sind die hin? Da. Was in den vorhergehenden Teilen passiert ist. Entschüssst du mich. Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst drei Jahre weg. Drei Jahre? Wirklich schon drei Jahre? Was, was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Und nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Ähm. Die macht mir nicht den Eindruck, als wenn die... ...irgendwie... ...ganz in Ordnung wäre. Ich bitte mir. Wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort. Dort ist es. Hier ist es. Was? Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Die ist auch gewandelt. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Hallo? Willst du das mal lassen? Hallo? Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Eine Puppe. Okay, also, äh... Sie will erst mal hierbleiben. Okay, was steht da drauf? E-001. E-001. hat die wieder zurück gebracht oder was ich mich jetzt von meinem eigenen schatten erschrocken er will sie verarschen die wieder zurückgebracht hatte nicht kein plan ob ich die nerven habe das game zu zocken das sage ich euch jetzt soweit spielen wie es mir meine nerven zulassen ok wir gehen mal wieder zurück was sind wir das ja das ist eine kranke scheiße zurück was ist denn da jetzt ok die puppe ist noch da ach das das war ja eben noch mit auf ne aber ich würde gerne noch mal hier reingehen ob die puppe vielleicht auch irgendeine bewandtnis hat da gibt es noch eine ja eben die können wir aber nicht mitnehmen das ist immer noch das bild die tür war eben nicht auf die war auch gar nicht da die tür oder war die da wir haben sie nicht gesehen weil dieses große brett davor stand die 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 Scheiße, 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 scheiße. Oh, es ist weg nicht. Nein, das ist auch das richtige... Nein, 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 nein. Bleib auf. was die tür auf bitte ist die tür jetzt schon wieder dann lassen sie jetzt auch zu karte des gästehaus ok also wir sind hier hochgekommen jetzt sind wir hier das ist die küche was ist das hier im heimgang hintereingang wohnzimmer was wir müssen mia finden ja das ist mir schon klar wir sind im erdgeschoss hier was ist denn die kinder das ist die hilfe arznei ich bin nicht da ich bin da Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Also, okay, hier geht es nicht durch. Was denn das? Ich habe das in hier. Jetzt ist da unten kein Licht mehr. Da gehe ich garantiert nicht hin. Ich glaube, wir müssen wieder zurück in den Keller, oder? Okay. Abstellraum, Lager. Hä, was? Die Geräusche untersuchen. Ja, haha. Wo sind denn die hergekommen? Bisschen verarschen, oder? Ja. Ja. Die Geräusche untersuchen. Ich will da nicht runter. Was ist das? Geht die Tür schon wieder zu? Ja. 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 Warte. Warte. Ja. 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 Ich kann sie hören, ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Raus! Ja, auf jeden Fall mit Mia. Was? 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 WasС? Was? 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 Oh. 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 Ist die tot oder was? Du hättest echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden. Geh da hin. Jetzt. Da sinken die Tür gewesen, ne? Die Bär. Ist die hier? Ich weiß, ich soll eigentlich auf dem Dachboden, aber ich muss doch hier auch gucken, ob ich noch irgendwas mitnehmen kann. Alter, hat die uns zugesetzt. Was ist das hier? Ach genau, das ist das Bad. War das eben auch schon? Bei dem Dachboden sollte ich rauskommen. Moment, wir sind ja hier wieder in dem Haus, wo wir angefangen haben. Ja, meine Lieben. Bis hierhin. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, in dem Fall kann ich ja nicht unbedingt sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Aber trotz alledem, lasst mir ein Like da und lasst mir einen Kommentar. Oder vielleicht auch ein Abo. Bis zur nächsten Folge. Ciao.